So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 2ROG, ich glaube mittlerweile schon ein paar. 25, 26, ich weiß nicht mehr genau. Aufnahme läuft. Jawohl, Sound ist auch in Ordnung, super. Wir haben es endlich geschafft. In den letzten, ich bin fast wahnsinnig geworden mit diesen Keys. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben alles durch, auch diese Chrono-Ding-Booms, wo mir ein sehr netter User geschrieben hat, dass das anscheinend eine Super-Waffe ist. Jetzt weiß ich nur nicht, bekommt man die dann vor dem letzten End-Boss und wird dann der End-Boss leichter, weil das letzte Key-Piece bekommt man ja erst hier in Level 8. Das heißt, da, wo der letzte End-Boss ist. Das heißt, das muss man wahrscheinlich vor dem letzten End-Boss finden, dann wird der End-Boss ein bisschen leichter. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir können endlich in Level 6 und wieder ballern. Wie sieht es eigentlich mit unserer Muni aus? Hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. So, das ist ja die gleiche. Ich stelle auch nicht, dass die hier und die so weit auseinander liegen, dass man die nebeneinander gelegt hat. Hier sind wir voll. Ja, für die Minigun haben wir nichts. Granaten haben wir. Und hier haben wir natürlich auch. Wir nehmen aber erstmal hier unsere Shotgun. Aber nicht die automatische, sondern die. Und gehen in Level, oh, gleich richtig. The Tree Top Village. Oh, irgendwie Sprung-Action in Bäumen. Ich seh's kommen. Naja. Ich seh's kommen. Können wir sogar noch aufnehmen. Super. Mal gucken, ob hier nicht, wie im letzten Level irgendwas Verstecktes ist. Es ist halt ein altes Spiel. Merkt man, die Level hängen nicht irgendwie zusammen oder so. Man kann... Oh Gott, guck mal hier. Den machen wir mit dem Messerblatt. Und den hängt gleich mal Schaden. Der ist halt schon blöd, ne? Gut. So, hier kommen wir raus. Dann geht's hier nach vorne weiter. Gleich mal die Map aufrufen. Gut, das passt so. Nein, die vier. Oh, da ist schon wieder jemand. What? What, what, what? Ah. Der hat mich gut zerbeulert hier. So. Ja, geht's entweder hier lang. Oder hier lang. Nein, hier geht's gar nicht lang. Jetzt sammeln wir das aber noch ein. Natürlich. Echt? Ach, okay. Jetzt verstehe ich's. So, super. Endlich wieder ballern. Diese Sucherei. Na, schon ein bisschen stark versteckt, die Sachen, muss ich sagen. Ein bisschen undurchsichtig, die Level. Messer-Action. Oh, da hat er ein Panzer auf. Oh, der ist stärker, oder was? Hat er Knarren da drauf? Das Knarren? Sieht so aus. Gut, konnte aber auch nicht mehr. Jetzt ist das schon weg. Scheiße. Schon direkt reinhüpfen. Und direkt der erste Checkpoint. Äh. Aber anscheinend müssen wir da runter. Äh, was ist hier? Oben drüber? Ne, hier ist auch was. Sind auch so Teile. Ne, dann hüpfen wir best mal da rüber. Da geht's dann noch weiter runter. Granaten haben wir voll. Da drüben. Also, da rüber komme ich definitiv nicht, glaube ich. Hm, das sieht ja aber nach Wasser aus da unten, ne? Können wir auch ins Wasser, oder? Ja, ich rüber erst mal hier rüber. Können wir nicht im Sprung? Ah, nicht mal gesehen. Tot ist er trotzdem. So, da kommen wir nicht rüber. Glaube ich mal. Also, man kann schon weit springen, aber das ist zu krass. Jetzt müssen wir ins Wasser hüpfen, oder was? Anscheinend. Wie kommen wir dann wieder hier hoch? Da unten, guck mal. So. Dann hüpfen wir doch mal da rüber. Ach, super hoch. Komme ich hier nicht weiter, oder? Ne, ich muss ins Wasser. Okay. Okay, 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 okay. Ja. I am Turok. Ehrlich? Sonst noch irgendwo was? Ich muss doch da runter, oder? Geh direkt drüber. Ich jetzt. Probieren. Ja. Was? Und jetzt? Jetzt ist wieder Ende, ne? Kommen wir auch wieder nicht hoch. Niemals. Ach doch. Okay. Nein, jetzt sind wir hier. Gut, aber das hier runterfallen ist halt schon heftig, ne? War doch hier, oder? Hab das jetzt nicht gezählt? Ja, mal gucken. Doch, ich hab da alles weg. Äh, hallo? Nu? Ach. Ja, hier ist doch Ende, oder? Bin ich mir nochmal da runter zu springen? Steht das nicht. Da hab ich gedacht, Action. Was ist? Wir sind schon wieder am suchen, wie es weitergeht in diesem Level. Okay, also das hab ich geschafft. Hier runter. Und hier hoch kommt man auch wieder. Aber. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Irgendwas, wo ich hochklettern kann? Irgendwo, wo ich dran springen kann? Irgendwas? Nee. In der Landmap ist hier unten auch nix. Oh, da drüben ist was. Guck mal. Das heißt, wenn ich mich hier runterfallen lasse, ist vielleicht da drüben was, wo ich mich runterfallen lassen kann. Guck mal, das sieht so aus, ne? Ah. Wahnsinn. Oh, in der Map siehst du das ja gar nicht. Boah. Nu? Ja, aber drüben unten. Boah, ist das brutal. Da vergesse ich ja wieder die Hälfte, weil ich die Hälfte nicht finde, weil ich es ja gar nicht sehe. Da musste ich ja mit Karte spielen eigentlich. Da oben ist auch noch so ein Teil. Da komme ich ja niemals rüber. Okay, hier unten ist eine Rüstung. Besser springen wir jetzt einfach mal drauf. Ja, hoch komme ich ja definitiv nicht. Boah. Hallo? Achso, der ist schon tot. Scheiße. Auch einen Schuss verschwendet. Okay, ist hier unten auch noch... Oha. Wolle ich nicht. Nein, das sind dann die Teile da oben. Okay, ich muss immer auf der Web ein bisschen mitgucken. Okay. Gut. Also hier ist nichts. Das heißt, jetzt müsste ich hier rüber springen. Ah, so langsam habe ich das hier kapiert. Das ist auch kein Wasser, das sind Wolken. Und leider komme ich da nirgends dran, ne? Was? Wo? Ach, hier. Gut, zum Glück können die nix. Wie viele Key-Teile gibt es eigentlich hier? Ich will gleich mal gucken. Drei für Level 7. Okay. Das heißt, einfach hier durchspielen, alles finden. Stärm tut mir leicht. Okay, hier unten. Geht's weiter. Naht, kann ich nicht mitnehmen. Bist du ja ein sehr schönes Level eigentlich. Komm mal da. Komm mal da. Oh. Oder? Der ist tot. Okay. Gut, dann noch ganz kurz hier abchecken, dass wir irgendwas vergessen haben. Okay, das ist das da oben. Das ist das da oben. Hier ist der Vorsprung. Dann geht's jetzt hier weiter. Darüber komme ich noch nicht. Wahrscheinlich. Hä? Wo war da was? Hier. Da stirbt der auch mal. Und die andere war verarmt. Okay, was ist das hier? Kann ich mich hier reinfallen lassen? Nichts. Da geht's weiter. Okay. So, wir müssen hier abchecken. Was hier so alles ist. Large Energy Cell. So, komme ich da rüber? Nein, ne? Nein, niemals. Okay, und hier ist nichts mehr. Gut. Dann wahrscheinlich doch da rüber springen. Hier kommen wir nicht drauf. Und hier aus. Könnte mal ein Savepoint jetzt hier sein. Hier reinfallen lassen. Oh, da scheint was anderes zu sein. Da ist ein Portal. Ja, da muss ich das machen. Ja, genial. Äh, war da noch einer gerade? Gut. Da oben kommt man leider trotzdem nicht hin. Vielleicht kommt man jetzt hier... Ach, vielleicht kommt man jetzt hier zu diesen ganzen Teilen. Das wäre ja nice. Da hinten ging's dann auch nochmal weiter. Aber hier war jetzt kein Portal zurück, oder? Nein. Nein, die will ich nicht. Die auch nicht. Ich will diese andere. Die hier. Ich spiel jetzt ein bisschen... Auch wenn's vielleicht ein bisschen im Bild ist. Ich spiel jetzt ein bisschen mit. Die kann ich schön einzeln abballern. Doch, nicht. Ich finde die Waffe echt nicht gut. Aber besser als Messer. Das ist hinter mir, ne? Ach, egal. Scheiß auf den Respawn. Kommt eh immer wieder. Okay, hier geht's immer im Kreis weiter nach. Okay, und hier geht's in den Geheimteil. Allmächtiger. Ohne Gegner hoffe ich doch. Nein, mit Gegner. Kriegen wir auch da. Da. Und da. So, das scheint's gewesen zu sein. So, wohin? Bisher war das immer nur ein Weg, den man gehen konnte. Ja, nicht runterfallen. Die Wissen Shells, die da unten liegen. Ich lasse es da nochmal liegen. Kitzis. Okay, man verliert wenigstens keine Energie. Dann müssen wir die Netto aus. Was ist da hinten? Komme ich da hin? Ach, da war nur der Gegner. Okay. Ich hab gedacht, das wäre eine Waffe, die da liegt. Okay. Okay. Okay, das scheint's gleich gewesen zu sein, wenn ich nicht runterfalle. Gott. Mini. Oh. Das kann ich nicht nehmen. Ultra Health. Und dann Monstersprung. Gut, hat gepasst. So. Wo bin ich jetzt? Ich jetzt hier runterspringen, oder was? Nö. Ich geh doch auch anders. Das geht doch auch anders. Und zwar hier, ne? Erstmal wieder hier rüberkommen. Oh, ist denn jetzt was gespawnt? Und wieder diese Viecher. Na, hier springen wir rüber. So. Und dann... Da drüben. Da ist noch einer. Guck mal. Da war mal einer. Ich bin... Guck mal, da ist doch... Bei der Karte ist das so angezeigt. Kann ich von da aus rein? Ich probier das nochmal. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. So, hier und dann da geradeaus abzweigen. Stimmt, da komme ich anders gar nicht hin. Da muss ich da springen. Komme ich anders gar nicht hin auf diesen kleinen Zipfel da. Das ist echt das? Springe ich da mal drauf? Yes. Noch ein Ultra Health. Kann ich nicht nehmen. So, nu? Okay, jetzt kann ich anstatt hier rüber, kann ich hier runter springen. Das ist sehr angenehm. Kann ich nicht nehmen, ich habe ja ein Ultra Health. So, das sind zwei Zacken, da kann ich allerdings nicht drauf. Das heißt, ich muss da rüber springen. Hier. Jetzt da hin. Mal auf der anderen Seite gucken. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, dann hier hin. Hier könnte ich drauf. Und hier ist nur Abgrund. Okay. Gut, für dich sagen wir mal ein kurzes Break. Nächste Runde geht es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye.